Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zurück zu Police Stories. Und erstmal Entschuldigung, dass die letzte Folge sich hier doch so lange hinaus zögert. Ihr wisst ja, Real Life kommt manchmal dazwischen. Jetzt habe ich es mal weiter gespielt. Ich musste das vorige Level nochmal spielen. Ich habe mit C plus abgeschlossen und habe jetzt auch eine schwere Panzerung freigeschaltet. Ich denke mal, das ist ganz brauchbar. Wenn auch die nächste Mission Suchen und Vernichten heißt, heißt es für mich, wir brauchen eine Schutzweste. Zentrale. Warum zur Hölle sollte jemand ein Gefängnis angreifen? Wollten die da jemanden rausholen oder nur zum Schweigen bringen? Bislang hat noch keiner gestanden. Also tappen wir noch im Dunkeln. In der Zwischenzeit solltet ihr besser mal mit Lenny reden. Er hat in den letzten Tagen eine Menge Stress gehabt. Wer war Lenny nochmal, verdammt. So, wir haben einen falschen Zivilist. Der hat mich auch fast gerade erschossen, die Drecksaum. Vier normale Zivilisten, also richtige Zivilisten und neun verdächtige. Schwierigkeitsgrad 6,5. Ich glaube, die letzte, die ich gerade davor hatte, war 4,5. Naja. So, die letzte Ausrüstung war ja das hier. Die Sensorgranate hatten wir eigentlich gebraucht im Gefängnis bei den ganzen Scheißhäuern. Ne, gar nicht, das waren die Gefängniszellen. Ähm, sehr schwer einzusehen. Und, ähm, ich nehm die mal weg. Ich will jetzt die Weste haben. Ah, doch, da. Ein erweitertes Magazin. Hm. Hatte ich doch freigeschaltet. Ich war mir letztens nicht sicher. Ich brauche den letzten Slot. Also, diese Panzerungsbrechen ist eigentlich auch geil. Hm. Können wir gut durch Türen schießen und machen einfach mehr Schaden. Dann sind sie schneller tot. Die Gegner, wenn sie ne Waffe haben. Aber mehr Munition. Ich überlege gerade, ob ich die Blendgranate liegen lasse. Ich riskiere es. So, Rick Jones. Da ist unser Checker. Der bleibt so, würde ich sagen. Der bleibt so, weil wir brauchen, naja, Pfefferspray nicht unbedingt, aber das Durchbruchsset, Teleskop, Dietrich. Das brauchen wir alles. Nur wir wissen, wenn er uns wegstirbt. Na gut, starten wir mal. Ich bin gespannt. Suchen und vernichten. Das ist wirklich eine Mission, die klingt nach meinem... Das klingt so richtig fast für mich. Ich bin gespannt. Wir wussten nicht, wer das Gefängnis angegriffen hatte. Die Kerle wussten nicht, von dem, der Befehl gekommen war. Unsere einzige Spur war, der war nach der Verhaftung von Robots und von der Fläche verschwunden. Ich bin alt. Entschuldigung. Also waren wir wieder ganz am Anfang. Und ich mit meinem Latein so gut wie am Ende. So gut wie... So gut wie... Was... Was soll das heißen, Lenny? Ist nicht hier? Ja, wir haben ihn nicht... Äh, wir haben ihn nicht gehen lassen. Der Schief hat gesagt, wir sollen ihn aus dem Revier entfernen. Also haben wir ihn quasi laufen lassen. Das darf wohl nicht wahr sein. Wann? Der ist vor ein paar Stunden gegangen. Hab gehört, wie er am Telefon was von einer Spielhalle gesagt hat. Eine Spielhalle? Was? Ich kenne den Laden. Gehen wir. Oh, haben nur eine Spielhalle in der Stadt? Ist ja praktisch. Hätte ich schwören können, damals gab es mehr. Die Musik könnte ein bisschen aggressiver sein. Oh, 30 Schuss, 30 Schuss. Ah, geht, 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 geht. Gibt es einen Hintereingang? Schade, unsichtbare Wand. Das Kind... Oh, fuck. Danke. Äh, Party Die Hard. Oder wie das Spiel hieß. Party Die Hard, Die Hard Party. Party Hard war es, ja. Jetzt hab ich Die Hard mit Party Hard zusammengemixt. Ähm, das war cool, weil da konnte man auch mal seitlich in die Gebäude rein. Das hätten sie hier ruhig mal auch machen können. Polizisten müssen ja nicht immer den Vordereingang geben, oder? So, da haben wir wieder Klos. Ihr wisst, ich liebe Klos. Gangster verstecken sich immer auf Klos. Zumindest in dem Spiel. Scheint ein Zivilist zu sein. Gut, braver Zivilist. Kein Koks, Klo ist leer. War alleine. Kein Gangster in Love. Okay. Umkleide. Da könnte ich auch mir vorstellen, dass sich da irgendwie die schlimmsten Gangster verstecken. Ist doch nur ein Zivilist, ha? Oh, du bist verschlossen. Da lassen wir unser Universalöffner mal ran. Und go, go, go. Genau, auf dem Boden, du Sau. Da ist noch einer. Ich habe keine Angst. Ich aber. Okay. Der hat keine Waffe gehabt. Das war doch ein Zivilist. Und hier... Okay. Ich glaube, wir haben unsere Zivilisten. Es waren ja nur vier. Und ein Fake-Zivilist. Keiner hat eine Waffe gehabt. Okay. Da werden noch bestimmt ein paar Leute sein in der Spielhalle jetzt hier. Was? Keine Sau in der Spielhalle? Ist die geschlossen? Ich hasse automatische Schiebetüren. Sind scheiße. Oh, aber Koks liegt da noch rum. Also Gras. Keine Ahnung. Nehmen wir mit. Oh, hier liegt auch was. Nette Leute. Lassen alles liegen. Der guckt ja auch geradewegs in unsere Richtung. Ah, das schaffen wir schon. Nur Mut. Hat er mich erwischt? Ah, Drecksack. Ja, komm. Können wir uns gleich mal so eine erste Hilfe packen. Ja, dasselbe nochmal. Auch wieder nur einer. Packen wir uns schon mal in Position. Ein Schuss. Neutralisiert. Super. Ja, der bleibt jetzt unten. Ach, die Tür auf. Oh. Den hab ich nicht gesehen. Na, bist du nicht der Fake-Sybill? Ah. Ich hätte ihn fast erschossen. Fall in on me. Tja, deine Nase voll hier. Mach mal die Tür auf da. Das ist schön, wenn man jetzt so viel Munition hat. Braucht man sich da keine Sorgen mehr machen. Einfach mal rumballern. Wenn das als Polizist auch so machen wäre. Aber jetzt hätten wir mal die Blendgranate gebraucht. Wir haben noch ein paar Räume. Hier, mach mal Tür öffnen. Deploy C4. Affirmative. Oh, shit. Wollen wir auch gleich weg. So, dann heilen wir uns nochmal. Wir sind ja fast am Ende. Laden wir nochmal. Anderes Magazin. Sicherheitshalber, guck dir mal diesen Raum da an. Dieses Klo. Ja, wo ist nicht? Doch, da versteckt sich noch einer. Es ist ja immer so. Also, untersuchen und vernichten hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Mehr Gangster, die ich vernichten muss. Und Note. 10+. Mensch. Das lief ja. Wie geschnitten Brot. Die Luft ist rein. Und Lenny ist nirgendwo zu sehen. Hey, du. Wo ist Lenny? Wir wissen, dass er gerade noch hier war. Weißt du, wo er hin ist? Ja, ja. Das tue ich. Wie wäre es mit einem Deal, Motherfucker? Ich sage euch, wo er hin ist. Und ihr lasst mich laufen. Hm. Keine Chance. Tja. Versucht was wert, Motherfucker? Wie auch immer. Er hat mir gesagt, dass sein Boss ihren Treffpunkt gendert hat. Er ist im Stripclub. Live. And hometown. Ein paar Blocks entfernt. Was zum Henker ist denn das für ein Name? Keine Ahnung. Ich finde, der passt irgendwie. Egal. Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Ja, wir auch nicht. Defibrillator? Was soll ich denn damit? Was soll man damit? Wir vernichten oder... Also legen um und dann im Gefangenen. Wozu brauche ich ein Defi? Da traf ich gerade nicht. Wiedersehen. Die machen wir... Fangen wir gleich mal an hier. Das wird ja echt sonst ein kurzes Video. So. Besprechung Zentrale. Trefft euch mit Lenny Wolf. Im Club Life and Hometown. Pass auf. Der Club wird von Gangstern bewacht. Und das sind nicht wenige. Oh, gut. Offenbar bewachen die etwas Bestimmtes. Oder jemanden. Doch wohl nicht etwa denjenigen, den ich meine. Oder? Hä? Was ist das für eine Zentrale? Komische Leute. So, Schwierigkeit. Stufe 7. Ich glaube, so schwierig hatten wir es noch nie. Zwei falsche Zivilisten. Vier Norm normale wieder. Die falschen, da muss man aufpassen. Und ja. Verdächtige. Es werden doch ein bisschen mehr. Ausrüstung. Ich fand dieses Video super. Obwohl ich... Die Blendgranate hätte gebrauchen können. Die hat mir gerade ein bisschen gefehlt. Aber wir versuchen es nochmal ohne. So, Witt kriegt auch seinen Standardkram. Ich brauche diesen fünften Slot noch. Damit ich meine Blendräder reinkriege. Und er kriegt dann auch... Ich würde ihm dann auch Panzerbrechende Munition geben. Also die Magnum-Munition. Damit die Feinde noch schneller fallen. Gut. Polizei geht auf die Frontstreife hier. Und sind schon da. Okay, okay. Ich teste es nochmal. Ich weiß. Unsichtbare Wands. Oh. Wir kommen mal ein bisschen weiter. Können wir mal einen Hintereingang nehmen? Yes. Hier in der Mission ist es mal möglich. Wie weit kommen wir denn? Na hier ist... Kommen wir nicht weit. Dann tun wir das doch mal. Ob es da auch mal weibliche Zivilisten gibt? Ich glaube, bisher hatten wir immer nur männliche, ne? Das finde ich mal so ein bisschen komisch. Das wird bestimmt ein Strip-Club ohne Frauen werden. Ich ahne es schon. Oh, einzelne Kabinen wieder. Ich hasse ja sowas. Und das ist eine Stahltür, glaube ich. Da geht das nicht, oder? Können wir jetzt durchgucken, wenn wir sie aufgemacht haben? Nein. Okay. Okay, okay, okay. Gucken wir mal hier rein. Freudenzimmer 1. Öffnen. Gut. Der wartet, wo... Oh, das war auch ein falscher Zivilist. Der wartet, wo auf Kundschaft? Äh, gar nicht. Ja doch, vielleicht wartet der auf Kundschaft. Das kann ja auch sein. Eine männliche Prostituierte. Tür 2. Ja, auch eine männliche Prostituierte. Ey, sag doch, hier werden keine Frauen sein. Raum 3. Ein Gangster. Und... Ich glaube, mein Kollege hat mich angeschossen, weil ich bin genau in seine Schüssen reingelaufen. War das ein Gangster-Prostituierte? Oh, der Raum ist leer. Da könnte ich quasi meinen Kollegen einpacken. So, den nächsten Raum, äh... Mach mal Tür auf und... Da hat er gerade von mir und meinen Kollegen gleich einen Schuss in die Fresse bekommen. Das nenne ich mal gute Polizeiarbeit. Gute Teamarbeit. So, weiter, 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 weiter. Ah, ich blute noch ein bisschen rum. Oh, da ist eine, äh, Kamera. Kamera, unter der Tür. Copy that. Suspekt spät. Negative. Get down now! We have a dead Suspekt. Huh. Er hat nicht getroffen. Recruit upon me. Check behind the door. Copy that. Not visible threat. Negative. Hands up! Okay, Raum ist lau... äh, sauber. Und ich werde mit der Kamera hier wird auch ein männlicher... Zivilist sein. Oh, keiner. Hm, dann machen wir jetzt Videos. Hidey-ho. Oh, der hat mit seinen Rumgestöhne. Hört immer auf zu beluten. Dafür immer keine Zeit. Fall in and stay close. Unlocking the door now. Affirmative. Hm. Ah, die ganzen kleinen Kackräume hier. Recruit upon me. Get down now! Wow. Hat nicht viel getroffen, ne? Scheiße. Get down now! Ah, falscher Zivilist. Stand down. Fall in on me. So, hier brauche ich gar nicht durchgucken. Hier gibt es ja nur eine freie Schussbahn quasi. Get down! Zip him up. Copy that. Fall in and stay close. Okay, das war das Personal, was das hier alles sauber hält. Get down! Ups! Der hat sich ergeben. Gangster in love. Red love. Scheiße, tut mir leid, man. Das ist gerade... Das kann passieren. Das kann auch im Dienst passieren. Das ist, wenn du so einen Trägerfinger hast, ne? So einen Finger, wo du explizit so ganz schnell auf die Maustaste drücken kannst. Oder den Abzug, wenn man das geübt hat und einmal falsch, ja, da kann das mal vorkommen. Ich glaube, einen hat man bestimmt pro Runde auch mal frei. Ah, das wird wieder einer mit Waffe sein, ne? Dann gibt es was ins Maul. Gut. War doch ein normaler Zivilist, der sich einfach nicht ergeben wollte. Uiuiuiuiui. Da hat wer seine Tage gehabt. Und es ist immer noch beim zum Händewaschen ausgelaufen. Oh, die Tür ist verschlossen. Die Person ist bestimmt noch drin. Andersrum. Blutung wurde, umso näher die Person ans Klo kam, immer doller. Wobei, was ist schlimmer? Blut auf der Fliese oder Urin auf der Fliese? Was kriegt man schlechter weg? Mathilde sagt Blut. Okay. So, jetzt haben wir hier die großen Räumlichkeiten außen vor gelassen. Aber ich glaube, die müssen wir uns jetzt mal angucken. Negative? Kannst du die Tür nicht checken? Scheiße. Gut, dann würde ich sagen, du gehst da rein und ich spaziere ebenfalls da rein. Oh. Der steht da und du willst... Quatscht da irgendwas? Kommst du da mal rein, Junge? Das ist ein riesiger Raum. Wie soll ich denn alleine Auskunft schafften? Oh. Da war einer. Da habe ich doch ganz kurz... Perfekt. Hinter uns, hinter uns. Hinter uns, hinter uns. Ich habe... Ja, einfach... Ja. Trägerfinger, ne? Das ist, äh... War ein Reflex. Ich habe aber das Gefühl, ich muss diese Mission gleich nochmal spielen. Und ich bin wirklich enttäuscht, ja? Das ist ein Strip-Club und hier war nicht eine Stripperin. Nicht eine Frau. Nur männliche. Prostituierte. Wahrscheinlich auch männliche Stripper. Wobei, wenn es männliche Stripper war, warum liegen hier BHs? Naja. Wir werden es nie erfahren. Aber ich finde es cool, dass man so die Fußspuren sieht, wenn ich so über die Leiche gehe. Ziemlich toll. Gibt es jetzt nachträglich noch Minuspunkte, falls ich einen Zivilisten erschieße? Oh ja. Musste mal getestet werden. Sorry. Das war nur aus Versehen. Ja, äh, weiter. Ein F. Ach. Fuck you. F für fuck you. Das dürfen wir nochmal spielen. Vielleicht darfst du nochmal spielen. So. Alter Rick, im Gegensatz zu Roberts, fing dieser Typ schon an zu singen, bevor wir auch nur was gesagt haben. Wie sich herausstellte, arbeitet er für jemand anderen als Eli Stone. Der Typ spinnt total, kann ich euch sagen. Hat gedroht, meine Familie umzubringen und so. Hört mal. Ich muss euch da was Wichtiges sagen. Drei Bomben wurden heute in der Stadt gelegt. Genau wie bei Stanislawski. Und die ganze Zeit habe ich Zivilisten zugedröhnt, die als Sündenböcke herhalten sollten. Das, das ist doch Wahnsinn. Warum, warum hilfst du dem? Warum zu Hölle liegt Eli Stone Bomben in der Stadt? Habt ihr das Geld gebraucht, Mann? Und wenn ich mich geweigert hätte, ja dann hätten die mich und meine Familie umgelegt. Eli hat eine totale Macke. Was, das, warum angeht, ach keine Ahnung. Mann, ich weiß nur, dass die heute, heute Nacht hochgehen sollen. Ich besorge euch alle Infos. Wer, wo, was, ihr auch wollt. Hauptsache, Hauptsache, ihr haltet den auf. Okay. Tränen-Glas-Granate. Das klingt ja auch noch Spaß. Oh, ich muss die andere Mission nicht nochmal spielen, obwohl ich einen Zivilisten exekutiert habe und zwei Gangster, glaube ich, mit flinken Finger erschossen habe. Oh, das ist doch der lange Arm des Gesetzes. Gut, ich hoffe, wir machen hier mal einen Break. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir doch gerne mal ein Like, einen Kommentar. Oder ein Abo. Ansonsten, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.